Kapitel 21 Vier Augengespräche Hermina und Draco saßen am Tisch und unterhielten sich. »Mein Dad zieht dich die ganze Zeit an«, meinte sie zu Draco. Draco lachte. »Ach, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen.« »Draco, es ist nicht lustig. Was ist, wenn er dich wirklich ausfragt? Das wäre so peinlich«, ergänzte sie. Er legte einen Arm um sie und zog sie etwas an sich heran. »Was soll daran peinlich sein?« fragte er nach. Hermina rollte ihre Augen. »Draco, mein Vater wird dich alles fragen.« »Hm, soll er doch. Ich habe dir gesagt, ich habe nichts zu bebergen«, sagte er und küsste ihre Wange. »Und wenn er dich nach Kindern fragt, willst du ihm dann von Scorpus erzählen?« hakte sie nach. »Er sah sie an.« »Ja, warum auch nicht?« »Und von Astoria?«, wollte sie wissen. »Glaubst du, er fragt danach?«, meinte er. Hermine zog sie mit den Schultern. »Ich weiss es nicht. Möglich wäre es. Zumindest hatte Herr Ron auch alles Mögliche gefragt, von dem Kennenlernen bis hin zur Familie.« »Ich werde es schon überleben«, witzelte er. Sie atmete aus. »Wenn du das sagst, aber ich mache mir da schon Sorgen.« »Wieso? Denkst du, dein Vater wird mich nicht mögen?«, fragte er nach. »Nein, das nicht. Aber na ja, mein Vater ist sehr speziell, was Familie angeht«, erzählte sie. »Wie meinst du das?«, wollte er wissen. »Meine Eltern wünschen sich nichts anderes, als dass ich heirate und Kinder bekomme, so wie sie, und mein Vater könnte dich auch danach fragen«, ergänzte sie. »Ich bekomme das schon hin. Glaub mir«, antwortete er. Hermine hoffte so sehr, dass es diesmal nicht der Fall sein wird, aber sie kannte ihren Vater und wusste, dass er Draco unter die Lupe nehmen wird. »Schatz, willst du das wirklich machen?«, fragte Monika ihren Mann. »Ich will nur wissen, wer er ist. Nach dem, was Ron ihr angetan hat, will ich nur sicher gehen«, meinte er. Monika nickte. »Ja, ich verstehe dich, aber meinst du nicht, Hermine ist alt genug?« »Ja, aber wir wissen nichts von ihm, und Hermine hat uns auch nicht viel von ihm erzählt«, antwortete er. »Stimmt, mich würde auch interessieren, wer er genau ist, aber irgendwas sagt mir, dass wir ihn schon mal gesehen haben«, meinte sie. Wendel sah Monika an. »Meinst du?« »Ich kann mich aber auch täuschen«, sagte sie. Hermine beobachtete ihre Eltern, und sie könnte schwören, dass sie sich gerade über Draco unterhielten. Ihr Vater kam auf sie zu. »Hermine, dürfte ich deinen Freund kurz entführen?«, fragte er nach. Sie sah ihren Vater an. »Äh, wieso?« »Ich würde mich gerne mal mit ihm unterhalten«, meinte er. »Dad, bitte, muss das sein?«, hakte sie nach. Greco nahm ihre Hand. »Ist schon okay.« Hermine atmete aus. »Na gut, aber wehe, Dad, das wird peinlich.« »Keine Sorge, wir reden doch nur«, meinte ihr Vater. Hermine nickte und sagte nichts mehr. »Kommst du bitte mal mit, Greco?«, fragte er, und Greco stand auf. Sie gingen ein Stück, bis Hermines Vater anfing zu reden. »Du bist also Greco«, wollte er wissen. Greco nickte. »Ja.« »So, so, und wo hast du Hermine kennengelernt?« »Ich kenne Hermine seit vielen Jahren.« »Wir haben uns das erste Mal in Hogwarts gesehen, und als wir damals von der Schule gingen, haben wir uns nie wieder gesehen«, erzählte er. »Hogwarts, hä? In welchem Haus warst du? Auch Gryffindor?« »Ähm, nein, ich war in Slytherin«, antwortete er. »In Slytherin?« »Dreco nickte.« »Ja.« »Und hast du dich gleich in Hermine verliebt, oder wie lief das ab?« »Nein, also, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe mich nicht in Hogwarts in Hermine verliebt. Da war es eher das Gegenteil. Ich habe Hermine immer ignoriert und nicht beachtet«, erzählte er. »Ah, also habt ihr euch später verliebt?« »Na ja, ja. Seit ich sie beim Klassentreffen gesehen habe, habe ich sie ganz anders gesehen. Ich habe sie anders wahrgenommen, und dadurch, dass wir uns öfters gesehen haben, haben sich Gefühle entwickelt«, fuhr er fort. »Hattest du vorher meine Freundin?« »Dreco konnte sich denken, dass diese Frage kommen würde, aber er wollte nichts verheimlichen.« »Dreco nickte.« »Ja, ich war verheiratet.« »Verheiratet also?« »Ja, meine Frau ist verstorben, vor drei Jahren«, antwortete er. »Ah, wenn du verheiratet warst, hast du dann auch Kinder?« »Dreco nickte.« »Ja, ich habe einen zehn Jahre alten Sohn. Er heißt Scorpius.« »Und Hermine akzeptiert das?« »Ja. Hermine liebt den Kleinen, und auch er ist so glücklich, dass es Hermine gibt. «, meinte er. »Und du weißt, dass Hermine eine junge Frau ist, und ihr größter Wunsch unter anderem ist, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wie stehst du dazu? Könntest du es dir vorstellen?« »Dreco lächelte.« »Hermine ist eine wundervolle Frau. Sie ist ehrgeizig und dazu noch wunderschön. Ich bin froh, dass ich sie kennengelernt habe und sie es meine Freundin nennen darf. Sie ist alles, was ich mir hätte erträumen können. Auch wenn ich bereits verheiratet war und auch schon ein Kind habe, kann ich mir alles mit ihr vorstellen. Wir sind noch nicht lange zusammen, aber ich würde mich freuen, meine Zukunft mit ihr verbringen zu können. Mit allem, was dazu gehört.« »Schwärmte er.« »Du scheinst Hermine wirklich zu lieben, oder?« »Ja, ja, das tue ich. Mehr als alles andere.« »Ich schwöre Ihnen, ich werde alles dafür tun, dass es Hermine gut geht und immer für sie da sein«, versprach er. »Das freut mich sehr zu hören. Wenn Hermine glücklich ist, bin ich es auch. Und ich vertraue dir, dass du Hermine glücklich machst.« Draco lächelte. »Ich würde alles für sie tun.« Währenddessen unterhielt sich Hermine mit ihrer Mutter. »Sag mal, Hermine, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?« fragte sie gespannt. »Na ja, eigentlich haben wir uns in Hogwarts kennengelernt. Aber lieben gelernt haben wir uns beim Klassentreffen, also von meiner Seite her. Ich habe ihn ganz anders gesehen als damals. Er hat mir geholfen und war ein reiner Gentleman. Als Ron so aufdringlich wurde, war Draco auch für mich da und hat mir zugehört. Ich wollte es ihm eigentlich nicht sagen, aber durch einen Zufall hat sein Sohn ein Bild und mein Tagebuch gefunden und du weißt ja, wie Männer manchmal sind«, erzählte sie. Ihre Mutter sah sie an. »Ah, Draco hat einen Sohn?« Hermine nickte. »Ja, er ist zehn Jahre alt und so ein Goldstück. Er ist so süß.« »Das freut mich, Hermine. Aber meinst du, du heiratest auch mal?« hakte sie nach. »Wer weiß, Mom. Wir sind noch nicht lange zusammen, aber wünschen würde ich es mir. Aber wir haben noch Zeit«, antwortete sie. »Du hast recht. Wenn ihr glücklich seid, ergibt sich alles von alleine«, sagte sie. »Wer ist die Mutter von seinem Sohn?«, wollte sie wissen. »Sie hieß Astoria und war Dracos erste Liebe. Sie starb vor drei Jahren und Draco hatte sehr damit zu kämpfen«, erzählte sie. Ihre Mutter sah sie geschockt an. »Oh, das tut mir leid. Das muss schwer gewesen sein, auf einmal alleine zu sein«, Hermine nickte. »Ja, und deswegen bin ich auch froh, dass Scorpius, also sein Sohn, mich so akzeptiert.« »Er scheint sich wirklich zu mögen, der Kleine. Aber Hermine, er wird nie ein leiblicher Sohn sein«, sagte sie. »Ich weiß, aber das ist nicht schlimm. Solange wir alle glücklich sind, reicht mir das«, fuhr sie fort. Monika streichelte Hermines Wange und lächelte. »Du bist eine tolle Frau geworden, mein Schatz. Ich bin so stolz auf dich.« »Das habe ich nur euch zu verdanken, dass ich so geworden bin«, antwortete sie. »Ich wünsche euch alles Glück der Welt«, sagte sie. Wendel gab Draco seine Hand und wünschte ihn in der Familie Willkommen. »Ich freue mich, dich in meiner Familie Willkommen zu heißen«, sprach er. Draco nahm seine Hand. »Es freut mich auch.« Die beiden kamen zurück zu Hermine und Monika. Hermine sah ihren Vater an. »Keine Sorge, Hermine. Ich hatte ein nettes Gespräch mit Draco und ich freue mich, dass du so einen tollen Freund kennengelernt hast«, sagte er und nahm sie in den Arm. »Das freut mich, Dad, dass du das so siehst«, antwortete sie. Monika sah die beiden an und lächelte. »Komm, Wendel, wir lassen sie jetzt alleine.« Wendel nickte und sie gingen und ließen Hermine und Draco wieder allein. Hermine sah Draco an. »Was hat er dich alles gefragt?« »Na, das, was er wissen wollte«, meinte er. »Und das wäre«, hakte sie nach. »Er wollte wissen, wo wir uns kennengelernt haben, ob wir im gleichen Haus in Hogwarts waren, ob ich mich bereits in Hogwarts und ich verliebt hatte, ob ich vorher eine Freundin hatte«, erzählte er. Hermine sah ihn mit großen Augen an. »Hast du ihm von Astoria erzählt?«, fragte sie nach. Draco nickte. »Ja, ich habe ihm von ihr erzählt. Ich habe ihm gesagt, dass sie vor drei Jahren verstorben ist und auch, dass ich einen Sohn habe.« »Wie hat er reagiert?«, fragte sie gespannt. »Na ja, es tat ihm Leid wegen Astoria und er hat gefragt, ob du das akzeptierst, dass ich einen Sohn habe.« »Ich sagte ihm, dass du den Kleinen liebst und er dich«, fuhr er fort. »Okay, und mir nicht?«, wollte sie wissen. Draco sah sie an. »Wieso? Sollte er mich noch etwas fragen?« Sie blickte nervös nach unten. »Na ja, als er damals mit Ron gesprochen hatte, hat er gewisse Dinge erwähnt.« »Du meinst Hochzeit und Kinder?«, fragte er nach. Hermine sah erschrocken hoch. »Hat er dich das auch gefragt?« Draco nickte, aber sagte nichts. »Das hat er nicht wirklich getan! Das gibt es doch nicht!«, schrie sie entsetzt auf. »Hey, beruhige dich. Es ist doch nicht so schlimm. Er will halt nur sicher gehen und deine Mama hat dich bestimmt auch solche Sachen gefragt, oder?«, hakte er nach. »Na ja, so in etwa schon.« »Die Fragen waren schon fast gleich mit denen wie von meinem Vater«, erzählte sie. »Na siehst du«, meinte er und nahm ihre Hand. Hermine sah auf ihre Hand und dann schüchtern zu Draco. »Ähm, was hast du ihm gesagt, als er dich gefragt hatte wegen der Hochzeit und Kinder?« Draco grinste sie an. »Ich habe ihm das gesagt, was Eltern hören wollen.« »Du hast was?«, fragte sie erschrocken nach. »Du weißt doch, wie Eltern sind. Die wollen immer nur das Beste und ich wollte, dass er mich mag«, meinte er. »Mensch, Draco, du weißt schon, dass sich meine Eltern jetzt die Hoffnung machen, Großeltern zu werden«, sagte sie. »Was hätte ich denn sonst machen sollen?«, fragte er gespannt nach. »Wie wäre es mit der Wahrheit gewesen, dass du so glücklich bist, wie es jetzt ist?«, meinte sie. Draco überlegte kurz, und er hätte es sagen können, aber dann wäre es eine Lüge gewesen, denn er konnte sich mit Hermine alles vorstellen. »Mich würde es mal interessieren, was du deiner Mom zum Thema Heirat und Kinder gesagt hast,«, fragte er nach. Hermine stieg die Röte ins Gesicht und blickte beiseite. »Hermine?«, fragte er. Sie sah ihn mit gerüttetem Gesicht an. »Ähm, ich, ähm, ich habe ihr gesagt, dass ich schon gerne heiraten will, aber es Zeit hat.« »Also haben wir beide quasi deinen Eltern Hoffnung gemacht«, witzelte er. Hermine nickte. »Ja, scheint so, aber wenigstens sind sie zufrieden.« »Und wir sind es auch«, antwortete er. »Ja, und wir sind heute genau einen Monat zusammen«, sagte sie. Draco küsste sie auf die Wange. »Ich weiß, Baby.« Sie küssten sich und verbrachten noch einen wunderschönen Abend mit Hermines Familie. Es gab reichhaltiges Abendbuffet und zum Abschluss noch ein Riesenfeuerwerk. »Hermine«, Tina. »